Ihr seht es an den Nominees, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Jury hat sich das sehr, sehr schwer gemacht. Also das war bis zuletzt unklar, wer gewinnt. Und zur Überraschung alle haben gewonnen eine großartige Band. Es war die Band, zu deren Lied Take On Me ich meinen ersten Pickel hatte. Jetzt sind meine Pickel immer noch da. Aha, gibt es wieder, ich freue mich sehr. Aha! It's great to win an award with so many exciting people nominated like this. Thank you very much. It's been an interesting year for us. We have to really thank everyone at WEA, WA in Germany. Very strong team. We share this with you. Thank you all very much. Thank you. Thank you. Vielen Dank.